Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Das Thema ist Cannabis und als Gast und Experten haben wir Herrn Prof. Herding vom Pharmakologischen Institut der Universität Kiel. Herzlich willkommen, Herr Prof. Herding. Guten Abend, Herr Prof. Gonska. Cannabis ist eine Droge und macht abhängig. Warum können wir das benutzen? Was ist die Grenze zu einem Medikament? Wie immer in der Pharmakologie und Medizin macht die Dosis das Gift. Cannabis wird in der Regel geraucht. Und beim Rauchen erreichen wir Spiegel, die um das 20-fach höhere sind, als diejenigen Spiegel, die wir erreichen, wenn wir Cannabis oral oder den Hauptinhaltstoff, das THC, oral zuführen mit einer langsamen Anflutung, einer längeren Wirkung. Und das sind pharmakologische Voraussetzungen, die quasi eine Sucht geradezu verhindern bzw. nicht entstehen lassen. Und ich würde mir wünschen, dass wir im Gebrauch in der Medizin das Stigma Droge sozusagen außer Acht lassen, dass wir uns auf die Wirkungen konzentrieren und nicht darauf, dass Cannabis auch außerhalb der Medizin missbraucht wird. Könnten Sie das nochmal beschreiben, welche Wirkung wie das THC und das CBD haben? Das THC verstärkt das körpereigene Cannabis-System. Es macht in einem therapeutischen Bereich entspannend. Es löst Angst, es induziert den Schlaf, es unterdrückt in den meisten Fällen Übelkeit, es stimuliert Appetit. All das, was wir häufig bei Älteren und bei Konsumierenden und chronischen Schmerzpatienten gut brauchen können. Das CBD ist in seiner Wirkung noch nicht so gut verstanden. Es wirkt wohl eher etwas entspannend, schlafanstoßend. Man weiß, es löst Krämpfe. Aber wir wissen nicht einmal seinen wirklichen pharmakologischen Mechanismus. Wir kennen die Bindungsstellen nicht. CBD ist etwas vollkommen anderes als THC. Es kommt nur aus der gleichen Pflanze. Das bedeutet, und das ist eine ganz wichtige Aussage, dass das in der Medizin genutzte Cannabis nicht abhängig macht. Nein. Es macht bei dem sogenannten bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht abhängig. Es sei denn, ich habe Patienten, die eine Suchtpersönlichkeit haben, die Abhängigkeitsprobleme haben. Die würden dann wahrscheinlich aber auch erst dann abhängig werden, wenn ich die Dosis erhöhe. Und häufig brauche ich im klinischen Bereich niedrige Dosierungen, um einen wirksamen Effekt zu haben. Das heißt, bei den einzelnen Schmerzpatienten, um die es ja geht, wird die Dosis zitriert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir zitrieren, wir schleichen ganz langsam ein und warten einfach auf den ersten therapeutischen Effekt. Oder auf eine erste Nebenwirkung, die meist tolerabel ist. Dann warten wir, weil sich dann häufig bei gleicher Dosis die Wirkung verstärkt oder die Nebenwirkungen verschwinden. Sind wir beim Thema der Nebenwirkungen? Welche gibt es? Die Nebenwirkungen sind in der Regel gut tolerabel. Sie sind im Vergleich zu anderen Medikamenten, das darf man so sagen, weniger stark ausgeprägt. Der Schwindel, auf den muss man aufpassen. Manchmal kann es auch sein, dass man so etwas dizzy vielleicht ist. Das ist aber auch häufig der Co-Medikation geschuldet, weil viele Patienten haben gleichzeitig Opioide und andere Psychopharmaka. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Denn da gibt es ja noch weitere Medikamente, Schmerzmittel, Opioide zum Beispiel. Oder Psychopharmaka, ganz interessant, denn das gehört ja auch dazu, Phantomschmerz und psychische Veränderung bei Schmerzen. Wie verhält sich denn das miteinander? Die Arzneimittelinteraktion ist ausgesprochen gering. Man muss gewisse Dinge beachten, aber das ist etwas, wo ich den behandelnden Arzt wirklich beruhigen kann und sage, auch das magst du mit dem Beobachten, mit dem Watchful Waiting langsam einschleichen, niedrige Dosierung. Und dann wird man sehen, wie der Patient das verträgt. Als Internistenkardiologe würde ich noch fragen wollen, wie das denn mit den gängigen Medikamenten geht. Also zum Beispiel mit Fettstoffwechselstörungspatienten, die ACM ernehmend, die Hypertoniepatienten. Also wie sieht das damit aus? Pi mal Daumen. Jetzt als Aussage in der Allgemeinmedizin kein Problem. Es gibt eine ganz wenige Punkte, wo ich aufpassen muss, aber eine sehr gute Verträglichkeit. Wir wären glücklich als Pharmakologen und Ärzte, wenn alle Medikamente, die wir einsetzen, eine solch therapeutische Breite und eine solche Sicherheit hätten, wie das medizinisch eingesetzte THC. Das war ein gutes Abschlusswort, Herr Professor Regen. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Jetzt haben wir alles über Cannabis gehört und ich denke, das ist in der Medizin keine Droge, sondern ein gutes Medikament. Vielen Dank, dass Sie uns zu geschaut haben. Wir sind über YouTube abonnierbar. Viel Spaß dabei. Einen guten Abend. Ade, tschüss.